Herzlich Willkommen zu Pete's Meet. Wir machen auch Politik. Frate! Hä? Brüder Italien, Italien hat sich ja wohl gefragt. Das geht hier aber, glaube ich, nicht. Fratelli d'Italia, Latilia, sedesta, dell'element, rischi bion, sinta la testa, develo, vittoriale, paga la giobo und... Hä? Kubi Asch-Spiel. Rami, hallo und herzlich Willkommen hier zum Formel 1 2016. Rami, hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge hier bei Travel in Terrorist. Rami, hallo und herzlich Willkommen zu Osiru's News. Rami, hallo und herzlich Willkommen zu Osiru's News. Osiru's News. Osiru's News. Osiru's News. Osiru's News. New Space. New Dawn. Habe ich mir das. Ach, verdammt. Hey! Beste Ansage EU West. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen... Peter! ...zu Kluedo. Peter, 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 Peter! Ja, wir haben Spaß hier gemeinsam als Team. Peter, 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 Peter. Wo soll ich es beide wegmachen? Peter, 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 Peter. Peter. Mit einer prächtigen Betonlocke. Weit bekannt über Berg und Tal und einer engelsgleichen Stimme Peter Smitz der nur einen Wunsch hat endlich diese Orange zu penetrieren muss auf Toilette dann gut Schuss das war mein Kopf wundervoll sorry oh nein oh nein ich dachte das wäre die gewesen was war der Ding jetzt jawohl danke Sepp scheiße komm mal raus der Baum brennt weg der rennt weg? der brennt hallo du bist immer noch nicht gemutet ja was soll ich denn machen meine Katze ist gerade hier was the fuck du machst mich fertig manchmal Joke du machst mich echt fertig weil was viele gar nicht wissen ist Gamoschauen entwickelt sich eigentlich noch zu einem Wirtschaftsbuch weißt du wo der erzählt wird wie man am besten Stimme anbaut ach krass ja was ich will das ziemlich geil mit die EM in Katar in Katar Sepp ernsthaft ernst Sepp das ist das ist das ist das ist das ist im Januar im Januar ist mein Kalender mega voll ich hab zum Beispiel einen Zahnarzttermin am 26. Januar hatte ich den nächsten Zahnarzttermin jetzt können wir zum Februar gehen Alter ganz wichtig am 2. Februar war ich beim Zahnarzt März war ganz schön viel ey leck mich am Arsch war dreimal beim Zahnarzt Alter was im Mai alles war leck mich doch am Arsch und dann war ich am 25. war ich beim Zahnarzt am 27. war ich auch wieder beim Zahnarzt was ich dir noch sagen kann ist am 2. Juli war ich beim Zahnarzt und am 8. Juli auch und am 13. Juli doch dann was Oder die machen so ein Mundfisting oder so. Ja, steck ihn rein. Mundfisting, geil. Gibt es eigentlich Menschen, die ihre ganze Faust in den Mund nehmen können? Also, meine ist so groß. Ich glaube schon. Habe ich schon bei Pornos gesehen. Was? In den Mund? Ja. In deinen Furry-Pornos. Geht einfach nicht. Weg, weg von mir, hoch! Das sieht ziemlich geil aus, Jay. Ohne Scheiß. Kannst du mal unten, unten, ganz unten ist ein Knopf. Da darfst du mal draufdrücken. Wenn du was kaputt machst, mach ich dich kalt. Dann darfst du auf dein Knöpfchen drücken. Auf welches? Da ist ein Knöpfchen. Dann darfst du draufdrücken. Ich bin oben. Ja, aber da kommst du jetzt nicht hin. Unten ist ein Knöpfchen! Unten in der Ecke, links! Nein, links, links, links! Was ist falsch mit dir, Sebastian? Weg von mir, hoch! Links dahin! Zur Farm! Wo ist der bei dir links? Ja, dahinten! Ja, er hat ein Löchler. Er hat ein Knöpfchen gefunden. Und ich raste aus. Du hast das Knöpfchen aber noch nicht. Da ist ein Knopf! Wo ist der ein Knopf? Wie dumm bist du, Mann! Ich komm jetzt nicht runter, um dir dieses scheiß Knöpfchen zu zeigen. Leute! Ach, da unten in diesem Loch! Jaaa! Sag mir das doch! Jaaa! 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 Ooot! Ich kaufe er an! Dann bin ich Pfi frente zu! Das ist doch schön! Weiß … Und 32. Aber keine裡! Uschi! Hedda! Uschi! Was ist los, Hedda? Auftrag Las Vegas, Treffen Rout 15. Bis gleich! Bis gleich! Over! Warum? Ich hab doch am Ende Over gesagt, Over. Nee, du hast ja einmal Over gesagt. Du hast nicht mehr Over gesagt, Over. Dennis! Selber! Kann das nicht, Junge. Ich bin mal richtig dick einmal am Dübeln, ja? Auftrag von Kalle. Ja, cool. Ich seh sogar schon. Deinen dicken Mäuter. Ja, da bist du ja. Da bist du ja. Gib mal Gas. Der Google Shit kommt erst mal, um mich reinzufahren. Wir haben 21% Schaden, Alter. Warte, echt? Ja! Ich hab kein Geld für so ne Scheiße. Dennis! Ich hab Motor Fehlfunktion. Motor Fehlfunktion. Motor Fehlfunktion! Motor Fehlfunktion! Motor Fehlfunktion! Nicht nach links ziehen, Uran Zieh. Ich hab Motor Fehlfunktion! Motor Fehlfunktion! Motor Fehlfunktion. Motor Fehlfunktion. Ja, das kann ja jeder sagen. Motor Fehlfunktion Ich doch dich! M- 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 Komm, soweit ist halt nicht. Man bist jetzt noch ins Werkstatt. Da vorne wirst du reparieren! Motor Fehlfunktion. Soll ich dich anschieben, bitte? Warte! Hey Denise, das hast du geladen! Ziegelstein oder was? Huh, Scheiße! Eins ist schwer! Fünf Liter! Ja, das ist natürlich schon... Fünf Liter? Und da hast du so 24 Tonnen Auflieger hindert? Ja, die ist halt sehr voluminös! Voluminös! Aufgeschäumte Scheiße! Du siehst ja diesen Nachbartisch, wo diese fünf Personen dran sitzen. Ja. Du lenkst die ab. Okay. Und ich hole das Geld. Und dann machen wir 75,25. 75 für mich, 25 für dich. 50,50. Ja, aber ich habe ja das Risiko. Ist mir egal! Lass das uns probieren. Okay. Moment, 50,50 allerdings. 25,75. 50,50. 30,70. 50,50. 30,70. 50,50. 30,70. Okay, wir machen es nicht. Okay, gut. Nur weil ich dich kritisiere? Der Ton ist schon wieder so. Ja! Tief! 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 Hoch! Hoch! Ich habe eigentlich was mitgebracht, um zu handeln. Denn du handelst ja gerne mit magischen Gegenständen. Ja, okay. Magische Stoffe. Bin ich hart. Vier Heller. Gebe ich dir jetzt sofort auf die Hand. Okay, drei. Fünf. Für 50 Dukaten gehört das. 50 Dukaten? 50 Dukaten? 50 Dukaten ist echt übertrieben. Machen wir 40. Machen wir ein Silberstück. 40 Dukaten. 2 Silberstücke. 35 Dukaten. Okay. 30. Ich gebe dir eine halbe Dukate. Für alles. 10 Dukaten. 2 Dukaten. Ne, dann bin ich raus. 8. Ich gebe dir zweieinhalb. Letztes Wort. 6 Dukaten. 3 und ich gebe dir noch einen Mantel. 5 und den Mantel. 4 Mantel und Schuhe. 5 Mantel und Schuhe. Ne. 4 und die Schuhe. Okay, Deal. Deal. Der hat ja gerade schon 4 plus Mantel und Schuhe angeboten. Nein. Wie oft stimmt doch. Die zweite Sache, die ich dir halt für dein erstes Mal da mitgeben würde, ist. Gummi. Egal wann und egal wo und egal mit wem du es machst, versuch mal währenddessen nicht an einen von uns zu denken. Du Arschloch. Was ist das? Das ist richtig böse. Jetzt fragt ihr euch wieder, hast du denn das schon wieder gekauft? Aber ganz ehrlich, ich möchte übrigens keinen ganz ehrlich Counter haben, ja? Ich weiß, dass ich das schon 25 mal gesagt habe, aber verknallt es euch. Also ganz ehrlich, ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen. Oh, ganz ehrlich, das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ja? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Es war ein bisschen peinlich. Aber ganz ehrlich, ohne Scheiß. War es schon wieder? Ich weiß ja. Weil wir hatten jetzt schon Schokolade mit Chili und den ganzen anderen Kram. Aber Fisch mit Lakritzsoße, das ist letztendlich das Rezept. Ah, du hast aber auch einen ganz schönen Erker im Gesicht. Woher kommt ihr beiden aus? Rübennasenhausen? Ja, gar nicht. Bei Counter-Strike und bei den ganzen Half-Life-Systemen ist es halt immer eine schlechte Idee auf eine Leiter zu schießen. Übrigens, ich wusste nicht, wie viel Schaden das Laserschwert macht. Also einmal hat Barack Obama schon gesagt, ey Leute, das finde ich nicht gut. Ja, genau. Aber Barack Obama sagt, ey Leute, Alter. Jetzt sag mal, was geht ab, Alter. Jetzt sag meistens genau, was der gesagt hat. Weil ich fand, der hat im Endeffekt gar nichts gesagt. Der hat im Endeffekt auch gar nichts gesagt. Aber ich habe ja noch eine zweite News. Ich wollte einmal die sagen. Der hat gesagt, ey Alter, oder was? Das ist die erste News. Ja, lass mich da mal ausreden. 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 Ja, alter, Mikrofon. Der hatte auch so eine Tough-Life-Brille auf. Ne, der hat gesagt, dass in der Filmindustrie ja alle Chancengleichheit haben sollen. Achso, ich dachte, der mag Hitake Fried Chicken. Ne. Ähm. Und dann haben, dann haben die, haben die Oscars quasi die Organisatoren gesagt. Ah komm, das ist vielleicht echt ein bisschen auffällig. Play of the Game. Bitte, Peter. Das wird jetzt tricky werden. Kann man nicht spielen. Ich schaue mich selber wieder weg, ey. Bist. Herzlich willkommen zu... Keinen Satz formieren, oder nicht? Alter, die Löwen sind voll übel. Ja, das macht dich viel schon. Welche Löwen? Wer hat denn Löwen? Die Löwen, die an den... Ähh... 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 Die an den... Ähh... Luft... Luftquellen. Gib Gas, Brom, Junge! 175 damage. An den Luft... An den Luft... An den Luftdingern. Haha, du Peter, was ist denn gerade? Peter, was ist denn da? Yes, der Luftballon! Ich kann's ja auch bei dem Münzhof einen theoretischen 10.000 mal die Zahl würfeln. Wir unterbrechen das Programm für eine aktuelle Ansprache des Geschäftsführers. Na friss ihn doch, du Hure-Fatzer! Ja! 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 Geht's doch! Ja! 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 Scheiße, doch im Auto! Nein! Nein! Das kann nicht wahr sein! Pitta, ey. Geht Hadi da durch in einmal? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, wie so ein Weintester, ey. Oh, LOL! Oh, Mann. Alter, im Ernst? Nein, im Detlef! Einen Alter, Fick! Den Gäckchen! Mieser Bastard, ey! Ich will nicht hingucken. Warte. Ah! Stopp! Ah! Du Mieser Witz! Nein, 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 nein! Du Miese Hure! Oh, Gott! Der Miemel! Was ist denn ein Witz, Alter? Äh, Casey ist 19. Sie ist am 25. August geboren. Offenbar dann vor 19 Jahren. 97. What? Holy shit! Meine Schwester ist vor 91. Das ist freaky, Freunde. Bald sind die Leute, die 2000 geboren wurden, volljährig. Ich bin scheiße alt. Sie sind mir so lieb und teuer, wie sie es ihre Mutter und ihrem Vater waren. Ich habe geschworen, ich würde sie immer beschützen. Tatsächlich. Er ist doch ein Held. Ein Krieg. Das war's. Ich bin Batman. War ich denn Mitglied der CDU? Ja. Hui, und ich lebe noch. War ich mal Bundeskanzler? Ja. Und der lebt noch. Äh, wer hatten wir denn da? Wer lebt denn noch? Der Bundeskanzler war. Ich dachte, die sind alle tot von der CDU. Ich habe keine Ahnung. Sie sind ein erbärmlicher Journalist? Da war so Pterodaktylus oder so. Hattest du die Fliegedinger? Aerodaktyl? Ja, ist ein Fliegedinger. Pterodaktyl. Hattest du die Fliegedinger? Dann bin ich bestimmt irgendwas, äh, zur Unterhaltung. Ist das eine Frage gewesen? Ich bin irgendwas zur Unterhaltung. Ich bin in einer, ich komme in einer Unterhaltungssendung vor. Das ist jetzt wieder eine andere Frage. Etwas in einem Unterhaltungsvideo. Eingang. Ja. Auch ein schönes Spiel. Kann Jay einen Satz formulieren oder nicht? Herzlich willkommen zu Kann Jay einen Satz formulieren oder nicht? Du warst auf einem 5 Säulen, ho, 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 auf einem 5. Wir hoffen, dass wir überleben. Wir fahren Autotabeln. Verbeißen, vereisten, gleiszügen. Gleise. Weißt du? Gleise, Gleise, Gleise. Wieso macht Jay nicht dieses Video? Dann danke ich mich an dieser Stelle für euer... Danke ich mich, aye. Danke ich mich fürKras, also euer zuschauen wir freuen euch bis jetzt morgen für euch da geht es nämlich für uns nicht weiter auf wiedersehen wir sind vor wohl doch kein grafikbüro ja ja moment Buhhahahahahahaha WTF Alter Die Animation Vor mir laufen Alter ich hab sowas schlechtes gesehen Ey leg mich halt am Arsch Du stehst vor mir wie so ein Bettlauer Was ist das? Der die Hand auffällt Oh ich jetzt gerade ein bisschen Kleingeld will Oh man Und zwar werden wir heute ein Baggergerät bauen Wo der eine das Ding fahren wird Und der andere den Kran bedienen wird Kranplätze müssen verdichtet sein Was ist das? Das fällt einfach um Jetzt guckt ihr die Scheiße an Dann find ich voll geil Dann eure schnellsten falsch eingestellt sind voll voll nice Die sind nicht falsch eingestellt Wieso fahren die denn aus wenn wir denn aufbocken? Weiß ich nicht sollen wir nach Hause fahren oder was? Weil das cool ist Das ist überhaupt nicht cool Klar man das ist mega cool Werd ich aber ein bisschen wild hier langsam Guck mal das meinte ich mit Stabilisator Ach Mensch hör auf Sepp ist der andere Traitor Was? Sepp ist der andere Traitor? Wieso sagt man das bevor man stirbt? Ist er wirklich? Er hat seinen Kollegen verraten Was ist das denn für... Was ein Asi ey Was ein Asi Du hast mich... Sepp, du hast mich angeguckt Das hast du mich verraten Ja natürlich Weil David in dem Moment mich angeguckt hat Du wurst Du hast ja gar nicht erst gecheckt Alter, dann verrate ich dich halt Du standest nicht Darlou Auch mein Freund Krass Herzlich Willkommen zu Kann Champ einen Satz formeln Oder nicht? Was der Schlechtes anzunehmen Möglich... Wie nennt man das? Keine Ahnung Andi Best of... Das war der Schlecht Worst Case Szenario Das war das Worst... Christian und... Aua, aua, aua Darlou Darlou und... Bram... Äh... Darlou und Tristan Darlou und Tristan Okay... Das könnte jeder sein Du warst so lange da unten... Aber Sepp hat in der Zeit Richtig schön angegriffen Und alles plapp gemacht Weißt du... Da kam gar nicht... Kam gar nicht weg Jemand äh... Dazu meinen perfiden Plan... Äh... ...Zeiten und unter uns Die dritte Seifenoper Von RTL Unter den Linden Alles was zählt Wunderschönen guten Morgen Wiii... Merke da gerade so ein paar Parallelen zu mir und Hitler Das ganze Teil wiegt ungefähr 3,6 Kilo Ist demnach ein ganz schnarr Brocken Und nicht zu... Jetzt gehts wieder los Äh... Haben wir hier noch eine Kamera Die hat 1,3 Pixel Megapixel 1,3 Pixel 1,3... 1,3 Pixel Ich glaube das ist 21 Zoll Ich möchte gerade nicht lügen Kommen wir aber zu den inneren Werten Und zwar ist da ein Core E7 drin Das ist ein 17,4 Zoll ist das Das ist ein 17,4 Zoll Am 21 Scroll am Arsch Dazu gibts 8 Gigabyte RAM 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 128 Gigabyte SD Äh SD Genau scheiße 128 Gigabyte 100 Gig... 128 Gigabyte Äh... Verdammt wie hieß das nochmal die Festplatte so schnell ist? Äh... SSD SSD Genau SSD Nicht SD 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 Wo war ich? 500 Terabyte 500 Terabyte 500 Gigabyte 500 Gigabyte Du weißt mich hier voll aus dem Konzept 500 Gigabyte Äh... Arbeitsspeicher Äh... Mein Gott Ich bin grad voll aus... Alter Nächsten Schnaps Das... Nein danke gerade nicht Die Basic Version hat halt nur 8 Gigabyte RAM Äh... In der Probe 8 Gigabyte RAM Sie hat 8 Gigabyte RAM Nein sie hat natürlich nicht 8 Gigabyte RAM Sie hat 5 Gig... Äh... Nein Sie hat 8 Gigabyte HDD-Speicher Das iPad Mini ganz neu Ist ja ohne Spaß Jetzt ist deine Brille kaputt gewesen Scheiß drauf Anscheinend für die Wii U ist mit dabei Äh... Für den Konsolen... Äh... Vielleicht sollten wir die einfach mal auspacken Das sieht alt aus Ja das finde ich eigentlich nicht Das liegt aber daran dass der Kartoffel auch neu ist Hat dann dafür aber 64 Gigabyte Arbeitsspeicher Ne aber ich... Das wird der neue Running Gag Das ist sowas von ein Running Gag Das ist ja der Hammer Das ist der neue Running Gag mit dem Arbeitsspeicher Das ist ja der Hammer Hat 64 Gigabyte Hauptspeicher natürlich Das sieht echt aus wie so ein Spielhallen Automaten Knüppel Ding Wie man das halt kennt wirklich aus Spielenhallen mit Automaten Die Auflösung dieses kleinen netten Gerätes Hier in der Original... Äh... Falsch rum... In der Original sind 480 mal 772 272 Ach mein Gott ey Das habe ich vorhin schon falsch gemacht Der Druck ist extrem gut gemacht Du musst noch dran schnüffeln In der Promo ohne Scheiß hat der in jedem Scheiß geschnüffelt Ich kann das mal kurz ein Stück in der herangehen Um das mal kurz zu zeigen an der... Oh mein Gott... Hier hast du mich draus genommen Eine ganz gute Idee Du hast natürlich nicht drüber nachgedacht Ich fahr jetzt einfach mal so Wie ich persönlich in der Stadt auch fahren würde Oh shit! Wie Unfall! Ich bin über den Bordstein gefahren Ich muss doch nicht blinken Wenn ich der Vorfahrtsstraße folge Was ist denn das für ein Bullshit Auf der Landstraße übrigens persönlich auch Einen nach dem anderen überholen Ah! Ah! Nein! Wieder ein Unfall gebaut Oh Gott! So... Verpiss dich! Hier ist 90! Oh shit! Der Link interessiert mich jetzt ein Scheißdreck Bam Junge! So... Er ist mir den Mini weggedacht So... Gescheitert! Gott ist das schlecht! Ahahaha... Was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass man Eigentore selber schießen kann Alter, wie viel geht denn da ein Loch ein? 288 Liter, das passt doch niemals! Ja, das passt schon! Das hat der Biolehrer damals auch gesagt, das hat nicht passt Aber das passt, keine Sorge No fucking Pokemon here! Äh, der Biolehrer! Ja, früher als ich in der Schule war, der Biolehrer hat wirklich gesagt Ey, Mel, keine Sorge, das sieht so aus, als würde das nicht passen Aber das passt schon! Dann weiß ich noch genau! Da hat nämlich eine von den Mädels gesagt Das ist wahrscheinlich eher zu klein als zu groß Und dann ist die, die lesbisch geworden ist Ich sage euch Das ist nicht mal gelogen, Freunde! Das ist exakt so gewesen! Warum heißt das überhaupt verschmitzt? Warum ist hier ne Working Bench? Fragen über Fragen in dem Leben eines Jonathan Ich wollte mal so wissen, was man denn da alles Tolles machen kann Und man kann ziemlich wenig machen Ach nö! Im Ernst? Seid im Detlef! Nein im Detlef! Fick dich ne Fauke, wenn dir da so was kommt Nicht rund... NICH! 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 Alter, im Ernst! Seid im Detlef! Boah, wieso haben wir denn jetzt gleich viele Punkte? Das ist sowas von... Unverhältnismäßig Der hat, äh... Genau, der hat so... So vorne... So richtig schön... Vorne? Dann guckt euch den Assi an! Hör mal so richtig schön Tomaten oder Eier auf dich werfen, ja? Und Spucke! Du kannst richtig... Ja, ey! Was ist das? Ist Andergast denn so ne richtig große Stadt? Oder wär so ein Dörfchen? Der Andergast ist schon ne ordentliche Stadt Mit knapp an den 100.000 Einwohnern Boah, what the fuck? Fehl also zu einer der größten Städten in Aventurien Tu mir leid! Die halt so zusammen klickt Dann gibts halt so ein... Boah, wann ist denn ein Schloss? Fenster und Rufe Richtung Gardisten, äh... Ob die Bier oder sowas haben Die du getragen hast, die wurden halt, äh... Ein Inventar... Gelegt Warte, das stinkt so krass nach Magie, war das Phänomenal Erstmal hier im Zweifel für den Angeklagten, ja? Boah! Wichtig ist natürlich aber... Ungardist, okay Äh... Herr Gardist, äh... Ich bräuchte vielleicht neue Klamotten, weil die sind nicht mehr benutzbar Haben Sie irgendwie was übrig? Boah... Überlegt... Da... Vielen Dank, Herr Obergardist Und, äh... Ja, ich bin jetzt, äh... Fertig Ah, boah! Was? Ah, Alter, das riecht so sujarlich Kann auch nicht Spaß jetzt mal ganz im Ernst Ähm... Euch... In dem Gerichtstag an sich... Boah, bist du ein Schwein? So ein Asi Ich fahr halt offen, ja? Okay, ich fahr... Boah, Alter! Du mieses Schwein Ähm... Okay, das ist wirklich der letzte Versuch jetzt Das ist wirklich der letzte Versuch Und ich mein's ernst, ja? Ja! Ein Versuch noch Ein Versuch noch Das ist wirklich der letzte jetzt Das ist wirklich der letzte Versuch jetzt Nein! Okay, last try Das ist... Okay, nochmal Okay, nochmal Halt dich doch fest, du Wichser! Okay, komm, nochmal Du bist so ein Wichser! Okay, ich will das jetzt noch... Ich will das jetzt noch mal probieren Ich will das... Ich will das jetzt noch... Ah! Nochmal, nochmal, nochmal Nochmal, 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 nein! Nein! Okay, nochmal, ein Versuch noch Das sieht gut aus Das sieht nicht gut aus Okay, das ist wirklich der last try Okay, noch... Also ich will zumindest nochmal irgendwie da, ne? Ja, das sieht gut aus Oh, Brammen Deine Mutter kürzt ab! Und jetzt noch absichtliches abkürzen! Deine Mutter! Ach, deine Mutter kürzt doch absichtlich ab! Ja! Was? Ach, deine Mutter kürzt absichtlich ab! Ganz ehrlich! Beim Sex nämlich! Ich bin der Brammen Ich weiß, dass ich der Brammen bin Im... Trümmerhaus Im... Trümmerhaus Im... Trümmerhaus Im... Trümmerhaus Im... Trümmerhaus 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 Ne, ich bin rausgegangen Trümmer... Trümmer... Brammen, immer die Schnauze! Peter fucking Smits, Junge Peter! Peter Smits, ey! Peter, 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 Peter... Peter! Boah, Peter, jetzt lass doch die Scheiße sein! Boah, Peter Smits, ey! Oh, sorry! Boah, Peter, du bist so ein Noob, ne? Ach, komm, Peter! Ach, Peter Smits, ey! Peter! Peter fucking Smits, ey! Nein! Peter! Peter fucking Wuschie Smits! Ach, Peter, ganz ehrlich, ey! Peter Smits, ganz ehrlich, du bist so ein kleiner Wichser! Ach, Peter Smits, ey! Boah, Peter, ey! Peter fucking Huren-Smits, ey! Ja, Peter! Ja, Peter! Ja, Peter! Ja, der Peter hat's gemacht! Ihr müsst euch schon ein bisschen eure Fantasie hingeben! Adi ist tot! Und Christian, äh, 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 Peter, äh, Bram auch! Peter Bram? Wer, wer denn jetzt? Fick dich, Adi! Äh, Peter! Bram, äh, B-Z-Z-Z-Z! Warum hab ich denn? Warum bin ich? Alter, ich hab nur ne... Wow! Und du sieh, und du hast halt ein paar verschiedene, paar neue... Ich war halt, äh, irgendwie ein bisschen innen, aber nicht so weit vorne da, äh, ja. Heidi und Bram, äh, Heidi und Peter, also. Das ist absolut Frechheit, dass eine absolute Frechheit wieder programmiert wurde. Das ist absolut Frechheit! Ja, das Problem von der Russin programmiert wurde dort. Boah, das ist echt... Zeichen... Ne, ne... Fall für Galileo Mystery! Ja! Oder für J-Mystery! Nee, ich hab... Ich hab... Ich hab... Sein Thermomixer macht sein Gehirnmatsche, ey. Ich gieche gerade frisches Baguette mit geiler Krillter Frisch-Dip-Soße. Krillter Frisch-Dip! Klammern! Es gibt doch halt so ne gewisses... Würz... Würzchen... Würzchen... Ja, ne... Gewisses Würzchen... Der andere isset! Der andere... Äh, äh, äh... Okay, warum meinst du, dass ich Zeit immer Brücke? Weil ich irgendwie rede, oder sowas? Habe ich dir geglaubt? Aber... Es ist alles anders gekommen! Das hat echt ne gute Richtung gemacht! Boah, da hab ich meine Stimme aber gar nicht tatsächlich ziemlich hoch gekriegt, wa? Egal, wenn irgendwelche Talentscouts zugucken, ich möchte bitte Opernsänger werden. Ich weiß nicht, wie diese hohe Tonlage heißt. Der heißt eierlos. Eierlos? Alles anders, Gerd! Fuck, gehst du mit ausm Flieger? Wenn ich jetzt laut rede, dann explodiert hier alles. Warte, jetzt ist ja dieser eine Film da jetzt. Wie heißt der, äh, Nudelgratin oder sowas? Der Untergrund. Ab wann ist es denn der Untergrund? M-m-m-m-m Den Kopf gleich in den Sand. Hahaha Leute, Adi macht grad ne Hitlergruße Hahaha Nein! 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 Von Adi hörst du auch immer nur Nein! 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 Kann er? Kann er? Nein! 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 Oh nein! Ach das ist doch größter Bullshit Oh! Heiß! Heiß! Alter, willst du jetzt einmal nicht so wegzauken oder willst du dir eigentlich einen Throat gegen die Burg? Ich greife? Ah, ne 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 Ich äh, ne ich nehm, ich nehm äh Ne, ich will den Ich will den Ich will äh den Das Amulett Ich will den Ich will das Amulett Ich zeig mich auf jeden Fall nicht den Sniper an gerade, das ist mir zu doof Wir haben sogar einen Pulle-Trop in einem Bereich Und jetzt hier bei den So, Snowdrop Guck mal, da zieht die Kinder nämlich Ja, sexy Ey, die kannst du pick-up Kann ich sie fressen? Boah, lass sie klauen Lass sie klauen Lass sie klauen, ich nehm sie auch hin Ich hab einen Ich hab einen, ich hab einen Was seid ihr denn für heute? Ich hab einen Das ist mir egal, go Wollt ihr mich verarscht? Ich hab einen So Ich bring jetzt dem kleinen Kind das Schwimmen bei Achievement Where did the pups go? Ja, weiß ich auch nicht wo die hin sind, ey Nein So Und runter mit dir Alter, Fabian ist drowning Du Oh nein Fabian ist gestorben Alter Jay hat einen Jay hat einen Jay hat einen umgebracht What the fuck? No No Aja, Aja ist left the game Why Fluffy Erstmal Arschkalt Der Ding gekillt They were sick They were sick Hahaha Wieso ist denn hier Feuer, hier ist voll heiß Ich hab da Feuer hingelegt Christian 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 Ja bitte Und Christian 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 Jaaaa Anfang Juli 2014 begaben sich 5 junge Männer außer Lande um die Welt zu bereisen Vier von ihnen verschlug es dabei nach Los Angeles, um dort mit Sarazar und Gregor Onk einen drauf zu machen Ein anderer begab sich in die Schweiz in den Kanton Appenzell in der Hoden Jaaaa Den gibt es wirklich Doch ein Mann Tanzkönig Sexgott Blieb in Deutschland und hielt die Stellung Jonathan Apel ist Der Zurückgebliebene C-Gaming for the venue Voll geil Ich wollte jetzt gerade noch einen coolen Move machen, das hat ein bisschen abgespackt Ich wollte jetzt voll so machen, aber gleichzeitig wollte ich so machen Du hast was ganz besonderes Du hast diese buschigen Augenbrauen, diese blauen Augen Ich glaube nur, dass du in diesem Moment an deine Grenze angekommen bist Ich muss dir jetzt leider sagen Ich habe heute leider kein Foto für dich Nur weil ich diese eine brennende Tussi mit der Axt schlagen wollte Was? Im Ernst? Im Ernst? Im Ernst? Nein im Detlef Das ist fucking awesome Das da, was da rechts auf der Map ist, das habe ich heute morgen in die Schüssel gelegt Ne Burg? Ne Burg? Ne Burg? Ne Burg? Nein, das ist auf der Map Achso, lol Achso Ihr müsst mir auch antworten hier im Chat Ich versuch grad zu socialisen Ach, halt die Klappe Du bist ein schwarzer nackter Mann, der sagt Hi Girl, how are you? Da werde ich nicht drauf antworten Hartstress Toy Das sind so Geräte, auf die man drücken muss, um sich zu entspannen Ich habe sowas noch nie gemacht tatsächlich, weil ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch Dafür habe ich eine bessere Sehstärke, als du Ja, sehr gut, Braham! Hab ich mal kurz überholt. Guckt man da durch? Stimmt, oder? Doch, da ist er. Ne. Lass, ich hab hier da tot tickt. Hast du mich echt umgenommen? Oh shit! Das stimmt. Boah, Alter. Ja. Alter, ich bin so schlecht in dem Spiel. Ich wollte gucken, wie viele Waffen ich hab. Ach, leck mich doch mal im Sack! Der Präsident des USA. Aktuell noch? Ja, voll geil. Ja, dann nehm ich natürlich das... Ich... Ja, ich überlegt. Boah, der Braille-Legger- Ich hab gerade kurz überlegt. Ja. Äh... Wann ist der Release des Spiels? Äh, wir haben noch keine exaktes Date. Es ist fall. Das ist was wir jetzt sagen. Okay, fall. Okay, also irgendwann halt im Winter dieses Jahr. Wahrscheinlich zu den Weihnachtsferien. Was ist das? Ich krieg hier... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Erinnere mich immer an meinen richtig schlechten Witz, ey. Was auch, Angela Merkel ist äh... In UK gerade unterwegs auf eine Le.. Auf irgendeiner Dienst-Reise... Äh, und trifft sich halt mit äh... Wie hieß der? Cameron Diaz? Nee. Wie heißt der? Und jemand Camikor. Was heißt der? Cameron Diaz? James Cameron, genau. Nee, James Cameron, genau. Ja. 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 Wie ist der Typ noch mal? David Cameron, genau, so. Der trifft sich mit David Cameron. David, David, ja, der trifft sich mit David Cameron, so. Wer der? Der, wer der? Halt die Fresse, lass uns den geilen Witz erzählen. Nice, der ist drin, oder? Ja, der ist drin. Alter, wieso sind bei dir eigentlich alle Bälle drin? Ja, ich weiß auch nicht, was der für Stiche hat. Ja, der ist drin! Warum war der nicht drin, Hardy? Boah, Hardy, der ist drin. Nein! Ja, der ist fast wieder drin. Peter, der ist drin! Ja, halt auch zu sagen, der ist drin, du Hurenkind! Der ist drin. Nee. Boah, Alter, halt doch mal die Fresse, Mann! Das sah aber so aus! Der ist drin. Fuck. Der ist drin. Mann! Was sagt er doch nicht immer, du Scheißhauten? Der ist doch nicht mal ansatzweise drin, Alter. Ja, der wäre drin gewesen, aber der ist drin. Und wie, der hat schon wieder jemanden gekillt. Der ist ein richtig starker PvP-Spieler. Der leckt mich am Arsch. Immer diese Österreicher. Ist er ja auch, ja. 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 Ich war nicht! Ich war... Ich stand schief! Ich stand schief! Ich stand verfickte Scheiße schief! Ich stand schief! Ich glaube, der stand schief. Ich glaub, der stand schief. Ja, ich hab's gehört, der stand schief. Ich hab'n Reifenschaden! Ach du Scheiße, der hat Reifen verloren! Das ist lustig. Das ist lustig. Ich war im Auto. Ich war gerade, äh... Ein längeres Pinkel. Hat einer die AR-Munition hier mitgenommen, Junges? Hat einer zweimal AR-Munition? Ne. Ah, ich nehm nicht mehr. Ich nehm den Sonnenflughafen. 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 Meine Xe wurden nicht übernommen. Was ist das denn? Oh, die ganze Planung ist vorbei. Nein! Alles vergessen. Leute, jetzt ist alles weg! Nein, jetzt ist alles weg! Alles, was ich reingeschrieben hab, ist weg. Ich hab auf Minus gedrückt. Minus? Wo ist ein Minus? Minus auf meiner Tastatur. Achso. Da war alles weg. Oh, alles. Wow. Ja. Vielleicht ein Erektiv, ne? Oh, nix machen. Wer war... Wer war nicht drin? Selbst den besten Selektiven fällt das halt auch schon mal ins Feuer, ne? Also das müssen wir auch schon mal sagen. Oder du hast direkt dir aufgegeben, also alles wegschmissen. Ach komm, man hat keinen Sinn. Krieg ja niemals raus. Jetzt ist das wieder alles hier weg. Ich hab links gekriegt. Lassen Sie mich überlegen, Sir. Hat sich schon wieder teilweise was gelöscht. Das ist so ein Drecksding. Also ich weiß nicht, wieso hat sich die ganze Zeit löscht von selber. Der Kampf gegen das Notizbuch. Ja. Ist halt echt Quatsch. Das sind größere Gegner. So. Ja, warte. Ich hab gerade mein gesamtes Ding kaputt formatiert. Das ist jetzt der fähigste Detektiv, den wir einladen konnten. Ich hab gerade so ein kleines Problemchen. Ich hab gerade hier alles durcheinander gemacht. Entschuldigen Sie, liebe Angehörige. Ich hatte den Fall fast gelöst, aber ich hab ein Notizbuch gegessen. Du bist jetzt zu kotzen. Nein. Das ist die Scheiße. Ich hab jetzt alles durcheinander gemacht. Ich stehe jetzt nur noch zum... Mann, hier stehen jetzt zwei... Zwei Räume. Zweimal stehen jetzt bei mir die Räume. Könnte sich denn an gar nichts verändern? Nein, leider nicht. Ich hab alle Personen gelöscht. Also dieses Ding ist zum Kotzen. Ich kombiniere, es könnte nie sein. Das Ding ist absolut zum Kotzen. Oh no. Jetzt krieg ich den Fakt davon. Das Hune kommt raus. Das heißt, geht aber. Nein! Oh, das war mega knapp! Nein! Nein, das war mega knapp! Nein! Das war mega knapp! Jedes Mal mega verknapp ist bei Jay. Irgendwie war das selbe Sound. Oh nein! Nein! Das war mega knapp! Nein! Das war mega knapp! Jay, Bomben wirft man immer an. Ich wurde auch von Jay getroffen. Ich war erst da und versuche die Rote abzuwehren, die auf mich steht. Dann schießt du Bongo! Ja, dann schieß ich auch ne grüne nach hinten! Dann ist doch logisch! Jay, aber so kleine Sorry oder so. Das weiß ich nicht. Für die Tigers... Ja, sorry, dass ich mich abgewehrt hab! Wieso darf man man eigentlich nicht mehr schreiben, was man denkt? Egal, ob man flammt oder lobt oder meckert oder sonst... Sonst... Was? Ich find's irre, wie man die lobt beschützt und behütet, die Positives schreibt. Aber der eine, der kritisiert... Das kommt aus von Kreta, die kritisieren immer so hart. Kreta-Nach... Boah, ich dachte gerade, boah, jemand wegen Rechtschreibfehler so auszulachen ist schon irgendwie so halbwitzig. Aber das geht gar nicht! Sepp erzählt etwas von rück an sich, jedoch wird die Kamera nie auf ihn wechselt. Vielleicht nächstes... Peter, ey. Da kommt uns Typen entgegen, der von nem... Da müssen Bärglieder machen. Ich hab den Typen gewechselt! Okay, Peter! Da müssen Bärglieder machen... Wow! Z Z Juhu... 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 Wie eiskalt ein Headshot und nochmal der Toll ist schein. Juhu... 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 Visit Service, deine Mutter, Visit Service. Ne, die verteilt Service. Wie habt ihr eigentlich geschlafen heute Nacht, Leute? Noch gar nicht, du Schnapsdrossel. Ich hab von dir geträumt, mein... Ey, Kalle ist die Schnapsdrossel. Ich wusste, Schnapsdrossel. Uschi säuft doch wie ein Loch, Alter. Hast du mal gesehen? Ne, die schluckt wie ein Loch. Kann ich auch. Ey, Uschi, bist du eigentlich ein Mann oder eine Frau? Das Problem ist... Dann stell doch nicht fest. Oh! 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 Hilfe! Beide! Beide! Gerade wurde, gerade wurde umoperiert. Juhu... 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 Ja, ähm... Kauf ich das nächste Mal. Dann brauche ich ja nur noch 138.000. Da kann ich mir die leisten. Juhu... 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 J Advanced Bullshit Lovering, neu, ab jetzt mit vier spielbaren Charakteren. Sepp, steht rum und ist im Traitor-Menü. Brammen, tötet jeden, der wer schießt, da ruft. Jay, der Profi für Team Hiltz. Hardy, trinkt zehn Bier und no-scoped alle. Call of Nougat, Advanced Bullshit Lovering, ab 10. März im Handel. Ich glaube, mein TV-Format wäre jetzt so ganz spontan sowas wie Willi wills wissen, so Sepp. Sepp siniert Sülze. West Coast, Moment. Hat vor Ewigkeiten halt auch mein eigenes Album gemacht. Doch der ist dann Hardy. Hardy ist zu Brammen gelaufen, hat Christian gekillt, weil er wusste, dass Brammen denen helfen wird. Boah, der Fehler geht volles Ries. Er hat einen Luftschlag. Er hat den Ehemann. Oh no, no. Sepp sterilisiert Sammy. John, John, wie weit bist du denn bitte gefahren? Ich weiß es nicht. Kann ich das irgendwie in meinem Navi-System checken? Ich stehe rechts am Fahrbahnraum. Oh, I can M drücken. So, I press M on mein Navi-System. Ich bin fast an Huzo. Huron. Huron? Huron, so? Ich muss mal etwas maximieren. Wusstet ihr eigentlich, dass ich in Huron aufgewachsen bin? In Huron? Das waren wir vollkommen klar. Du bist in Huron aufgewachsen. Ich bin in Huron aufgewachsen, ja. Du bist in Huron aufgewachsen. Bist du nicht auf die Elementary School gegangen? Nee. Baumschule? Elementary School, ja. Elementary gab es nicht, war aus. What the fuck? Ja, ist gerade noch ganz okay. Au, 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 out of nowhere. Listen again. Au, au, out of nowhere. Hallo. 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 Was up? Rittisch im Demzug. Hallo. 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 Nein, hier ist Patrick. Rittisch im Demzug. Hallo. 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 Ich drück dich jetzt weg, Lutscher. Rittisch im Demzug. Oh, shit. Na 81. Sehr schön. Aber leider nicht gut. Hallo. Peter. Peter, die behandeln mich für der letzte Scheiß. Wum ich hier raus. Der ist tot. Der Tod steht neben mir. Rittisch im Demzug. Peter, ich habe Angst. Was sagst du? Prügel? Alles klar. Peter sagt, ich soll meinen Weg rausprügeln. Finde ich krass. Aber Peter ist so drauf. Die sieht genau so groß aus wie die Fuck-Fuck-Gesicht. Sef, Sachkenntnis seiner Sammlung sadistischer Sexspielzeuge. Ice-Cream. Nein. Sef, warum baust du hier Hakenkreuz-Autos? Du hast Hakenkreuz-Auto gewonnen. Was? Das sind Schuhe. Heute haben wir als Kapitän den Sebastian Lenz. Ich wurde getönet. Ich bin schon wieder tot. Ich bin runter vom Schiff gefallen. Ich bin weggemacht worden. Oh, ich bin auch weg. Oh, der Käpt'n wurde getönet. Der Käpt'n wurde schon wieder getönet. Der Käpt'n wurde schon wieder gekehlt. Oh, Mann. Bram, das ist komplett klar, warum du mich nicht ausreden lässt, weil du Fascho bist. Das sind drei Rote. Darf ich ausreden? Ja, erklär dich nochmal. Wir haben es ja schon gehört. Die Leute können doch einfach zurückspulen. Siehst du, du willst nicht, dass ich es nochmal erkläre, also? Ja, klar, bitte. Okay, ich habe damals schon gehört. Victor Christian! Nein, du bist wirklich dran! Du bist doch in der vier Nacht! Auf der Moment sind halt Pilze und Sterne so geil, weil du das Ende komplett abkürzen kannst. Genau, das kannst du einfach... Hä? Ja, Peter erkennt nämlich die Abkürze, den ich noch nicht nach 100.000. Einfach über die Wiese zu fahren. Einfach über die Wiese zu fahren. Das ist ja ein Riese-Ungelch. Das ist ja ein Riesen-Ungelch. Das ist ja alles, ja. Das ist die falsche Richtung, du Fotze! Heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme, ich könnte ausrassen. Eisbram! Wow, Jay. Du hast wieder ein Leben genommen. Ja. Allein wegen den Fliegen hier muss ich neu streichen. Oh, das ist jetzt so ein richtig fetter, gelber Eingeweidefahrt auf der Wand. Alter, hier ist eine richtig fette Fliege. Holy shit. Das ist doch noch zwei Minuten. Let's get ready to rumble! Alles klar. Christiaan! Nein! Ich hau diesen scheiß Dings gleich weg, Mann! Herzlich willkommen zu Kann Chad einen Satz formulieren oder nicht? Ich bin aktuell auch im Fernsehen zu sehen. Mit aktuell... Keine Ahnung. Also war es... Irgendwann... Letzte Mal... Letzte Zeit im Fernsehen. Ja. Oh, wie am besten. Super so light, liebe Zuschauer. Die Facepalms. Aspirin wird halt gut verkauft. Alter, wenn du das da noch gekillt hast... Play of the Game. Oh, das wird jetzt so. Jawohl. Jetzt rotiert die zwischen uns beiden. Ich habe mir da nie einen Tag deckt. Ich rutsche den Rundschirm, weil das war nicht so cool. Oh, jetzt. Da links hat das wir doch schon. Was sind denn, seid ihr beide oder was? Nein, nein, Sepp kann mal schön weggehen. Du scheiß Fliege. Dann bleib einfach weg. Ja, verpiss dich. Du scheiß Fliege! Dann muss Christian und Sepp ja der andere sein. Wenn Bram wirklich tot ist. Da fliegt die Fliege mir auf der Hand, wo die Maus ist. Das ist mega kitzlig, ey. Du scheiß Fliege. Es wird nicht so sterben. Oh, kack viel. Wir haben hier bei unserem Haus so verfickte Mülltonnen, die nicht so graue, grüne, gelbe und so weiter, sondern so eine riesige, so eine riesige, einfach alles in den Müllpacken-Mülltonne. Kein Wunder, dass hier alles voller Fliegen ist. Aber du wartest schon wieder in deinem Gebiet, da weißt du. Wir können alle keine Ecke schießen, Mama. Alter, ganz ehrlich, ich hab noch nie so einen Be- Alter, ganz ehrlich, ohne Spaß, Dennis, schlechter als Wolf-Team. Aber ganz ehrlich, mit sowas von einem Abstand, ganz ehrlich, ich würde sogar, ich kann es ehrlich, für das Spielwüchtlinge noch einen neuen Stempel irgendwann mal einführen. War, ganz ehrlich, größtes Kackfick-Game aller Zeiten, ey. Weißt du, ganz ehrlich, Hello Kitty ist noch ein Premium-Game dagegen, ey. Alter, also ohne Spaß, Dennis, was anderes als schlechter als Wolf-Team, akzeptiere ich nicht ohne Witz. Echt? Also ohne Witz? Nein, nein, da bestehe ich drauf. Ganz ehrlich. Con los Terroristas. You can do the Harlem shit. Con los Terroristas. Mehr Spiele. Mehr Tempo. Mehr Action. Ich erheime. In dieser Zeit wurde sie schwanger. Wenn's reißt, dann reißt's. Nun haben wir uns aber getrennt. Wie würdet ihr damit umgehen? Es gibt halt keine gute Entscheidung. Es gibt halt immer nur Kompromisse. Also es gibt halt die Entscheidung entweder... Und Suizid. Ich weiß nicht, ob ich das so eine geniale Idee finde. Hoffentlich fliegt sie ihm gleich in den Nacken hinten ins T-Shirt. Boah, ich wollte gerade sagen, du hast wieder beschossen. Boah, Alter, was passiert hier schon wieder? Aber ich hab nix. Das ist ein bisschen schade. Alter, bist du erzählt oder nicht, du kleiner T-Shirt? Ja, ich hab doch gesagt. Alter, zum Weg angefasst. Wenn ich an diesem absterben mitbekommen, dass Sieb nicht kam. Ich kann nicht. Nee, sorry. Das ist nicht so. Ja, und du wolltest jetzt eben den Seb machen, den Bram machen umbenennen, Alter. Ja, hast du so eine Ahnung. Bram, wie sieht das aus? Kannst du, oder? Ich habe gerade gesagt, ich kann nicht. Mit den Worten, ich kann nicht. Hey, dann hab ich nicht verstanden. Ich verstehe nur... Wollte ich euch fragen, ob ihr irgendwelche Tipps für mich habt, um mein Selbstbewusstsein zu verbessern. Aber warum haben wir alle so ein Riesen-Ego? Ich glaube, man erkennt, vielleicht in den Putzfrauenfolgen, dass mein Ego in letzter Zeit in der Midlane stark geschwächt wurde. Und ich laufe aktuell noch. Das schlechteste eurer Meinung nach ist... Boah, das ist aber echt schwer. Das blende ich euch als Feedback dann jetzt hier nochmal ganz kurz ein. Und... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay, Jack, hat gerade jemand weggemacht. Er hat direkt einen mit dem Autosniper weggemacht, glaube ich. Peter hat irgendwie auf den Tisch geschlagen, weil er sauer war und da musste ich mega lachen. Da konnte ich nichts tun. Ich hab doch nicht auf den Tisch geschlagen. Ich hab einfach zurückgelehnt und einfach nur gedacht, okay, geile Nummer. Das hat sich... Ich hab einfach zurückgelehnt und einfach nur gedacht, okay. Loin. Sebastian, der Fisch, das ist ne Krabbe und die hat bestimmt mehr als vier Beine. Ne Krabbe hat doch mehr als vier Beine, oder? Die vielleicht nicht. Ich hab keine Ahnung, wie viele Beine, so ne Krabbe hat doch sechs Beine. Peter disconnected, user disconnected from the channel, Bram disconnected, Buddy disconnected from the channel. Ja, das ist hier mehrfach angesprochen worden. Das ist der eigentliche Skandal dieses kompletten Videos, dass Jay Bram als Buddy eingespeichert hat bei TS und ich nicht. Triss und Sepp aber auch und Andi, Domi, Mikkel und Zweck. Nur Peter nicht, halt nur nicht die, die ich nicht mag. Das ist halt um die Leute auseinanderzahlen, wenn Buddy kommt, heißt das, okay, Jay oder Bram ist zum Kaffee eingeladen. Nice, Christian, not trying to love. Ja, hast du lange durchgehalten. Der fängt am Lippert. Stand war's. Mein Stuhl geht halt nicht weiter. Warte mal, spring doch mal bitte, spring doch mal bitte auf, auf, irgendwie, sieben oder so runter. Was willst du denn sehen? Aha, stand irgendwas im Intro. Als das Intro kam, stand da was. Ja, bei sieben Sekunden, ja, ja, stand oben was. Ich weiß auch nicht, was er jetzt genau will. Fuck you, fuck you. Alles klar, kriegt von mir acht von zehn Domys. Was hat er reingeschrieben? Wow, eine Einblendung während des Logos, das hat es ja noch nie gegeben, jetzt musstest du extra das Video anhalten, um das hier zu lesen. Was für eine Zeitverschwendung. Du hättest in dieser Zeit viele andere tolle Sachen machen können, Twister spielen oder so. Wer diesen Text während einem React Video liest, ist dumm. Hallo Jay. Der hat predicted, er hat predicted, er sagt, wie geil. Wie geil. Ja, 10 vor 10 die Folge dieses Woche. Hat gecatcht, er hat gecatcht. Das sind drei Punkte für Jay, zwei Punkte für Chris und ein Punkt für Sebastian. Ja. Ja. Viel Spaß beim Sternen. Viel Spaß beim Sternen. Zwei geht nach hinten und drei ist links, vier ist rechts, das habe ich doch damals eingestellt. Und was ist mit WASD? WASD ist komplett vertauscht. Der WASD habe ich nie gebaut. Ich habe 1, 2, 3, 4 gebaut. Die Lottozahlen. Sepp drückt die 2. Oder so. Oder so. Jawoll. Sepp die 4. Die 4, die 3, die 3, die 3, die 3. Jetzt die 2, 2, 2, Sepp 2. 2, 50 Jay. Drück die 2, drück die 3. Nein. Was passiert hier? Jetzt! Stab die 4 raus! Stand on the correct color. Okay. Was müssen wir machen? Weiß ich auch nicht. Ähm. Stand on the correct color. Okay. Nein! Was war? Nordkorea schießt! Wo sehe ich denn, ob das eine Einzelkarte ist? Das erkennst du daran, ob da 4 Linien sind oder nur... Ja, im Menü schon, meine ich. Im Menü? Gar nicht, glaube ich. Ich nicht. Echt? Wo sehe ich denn jetzt hier? Ob das einer mit 4 gegeneinander oder gleichzeitig? Gar nicht! Gar nicht! Mein Gott, Alter! Wer interessiert so ein Scheiß? Boah, Alter. Konnte man nicht irgendwie noch springen? Nein! Ja, mit Y! Mit Kreis! Wie kann man denn springen? Gar nicht! Doch, man konnte doch früher immer springen! Nein! Doch, Peter! Bram wechselt halt seine Meinung wie... Wie seine Unterhause. Wie Gänseblümchen im Wind. Gänseblümchen im Wind! Gänseblümchen im Wind! Ja, gar nicht. Absolut! Genau, so wäre ich meine Meinung. Ganz bekanntes Sprichwort. Den Selbstverbrüchen bringen wir übrigens auch noch ein Buch raus mit Johnnies Vergleichen. Viele tätowieren sich das auch aufs Bein, den Spruch. Wie ein Gänseblümchen im Wind. Na! Ja, was ist da? Ah! Da drehen sich welche! Zack Zack! Also so von wegen Technik und... Also das sah ja vom Steel so ein bisschen so aus, was ist zuvor. Halt erstmal zu Ende. Dann weiß ich nicht, ob ich das spielen werde. Ja, ja. Ja, ja. Boah! Du hast verschiedene Absichten! Sehe ich genauso. Das war doof. Das war doof. Ja, ich bin der Billy. das war hoffentlich. Dann hoch stellst du damit er weiß. Decke, Decke, Fahrraddecke Alles klar, ey Alles klar Fahrraddecke, jawohl Ich bin Peter, komm mal mit So Werter sein auf so einer Messe ist ja auch nicht gerade Traumjob, ehrlich gesagt Bei der Security von der XMG Party, da hat einer der Werter sogar ein Foto gemacht mit mir, das ist dann natürlich cool für ihn Ladies and gentlemen Könnt ihr das damit richtig vorlesen? Aber das macht nichts, wenn sie die Einzige sind, der die Punkte mitnimmt Schauen wir doch mal, wie es jetzt aussieht Jonathan Appel, okay, let's go Tja Three days later Three weeks later Many months later Ist Jay noch da? Geht's ihm gut? Ja, ja, ich bin noch da Holy shit Also, das ist Du Scheiße Alles klar Oh nein Sie waren einfach so krass, damit können sie einfach zum Mond fliegen Mein PC fährt herunter Mein PC fährt herunter Wird heruntergefahren Ey, hier ist noch Platz frei Ja, komm Können alle rein Komm, wir gehen weg Was ist das hier für ein Knopf? Und der da oben? Oh, ich bin rausgefallen Alter, ist rausgefallen Er hat mich gelassen Mach die Tür wieder zu Ich bin noch drin Eine Geheimzutat Ja, sehr gut Und 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 Spinn Schmeckt Jetzt Sportzeit schnell und dann mach ich das Ich versuch dir dann zu helfen, Bram, sofort nach dem Training. Ich hab schon trainiert, also ich war schon da. Wo willst du hin? Mein Name ist Whitey White Man. Maximum Reacting auf Reacting, Junge. Wenn ihr jetzt ein Tupnail von dem nehmt, was wir jetzt aufnehmen, auf React, von React-Karte. Oh mein Gott! Hatsu und ich verabschiede mich mit einem geilen Depp. Haut rein, ciao. Tschau. Tschau.